Willkommen zu einem neuen Video. Also heute wir Latten schießen. Ja gut, also wir Latten schießen. Fünf Schüsse hat jeder und los geht's. Erster Schuss von Anthony. Wir machen fünf Schüsse jeder. Der war nicht. Zweit Schuss von Anthony. Alle Leute. Es ist so kalt bei uns. Okay, dritter Schuss von Anthony. Oh mein Gott, er trifft einfach den. Vierter Schuss von Anthony, einen hat er schon getroffen. Wir haben noch forschen gesagt. Lügt mal nicht. Fünfter Schuss von Anthony. Er hat sofort die erste Schuss von Emre. Ja, Leute. Es tut uns Zeit, dass jetzt eine Woche kein Video kam. Ja, Schiss. Und ja, weil Regenwetter erstens. Und Kälte und alles. Und Kälte und so, ja. Okay, dritter Schuss von Emre. Und den hat er wieder verschillt. Vierter Schuss von Emre. Oh shit. Oh shit. Fünfter Schuss von Emre. Okay, schieß. Der Aaron. Ja, halt die Schnauze. Ja, moin Leute. Die App ist auch schön. Okay. Jetzt noch mal die Latte macht. Alter. Jetzt noch mal die Latte. Ey. Ich werde schon nochmal. Er schießt doch heute noch. Boah. Er schießt aber nicht. der vierter schuss der heilung mit vierter dritten vierter ich denke die ganze zeit dass er trifft und ja lasst mich ja lassen wir wollen nicht sein gesicht sehen ja ja ok lassen like und ja und am sonntag da hat er geburtstag dann nehmen wir da auch auf und da waren nicht und ja ja bis sonntag und tschüss